Du hörst den Genius Alliance Podcast, mein Name ist Norman Müller und eine Frage, die mich erreicht hat aus unserer Community ist, was kann ich als Startup tun, damit ich am besten kommunizieren kann? Also werden wir heute über die besten Kommunikationsstrategien für Startups sprechen. Bis gleich. Bis gleich. Der Genius Alliance Podcast. Von und mit Founder und CEO Norman Müller. Ich werde die Podcast-Folge heute hier wirklich kurz und knackig halten, denn genau so sollte die beste Kommunikationsstrategie für Startups sein. Kurz und knackig. Warum ist es so wichtig, dass wir kommunizieren? Weil ich sehe immer wieder, wir haben so 5-6 Anfragen pro Woche von Startups, die ihre Pitch-Decks schicken oder wir irgendwelche Live-Zoom-Calls machen. Wir sehen dort leider zu wenig Kommunikation. Das Produkt ist top, die Website ist top, aber man erfährt einfach nichts. Man kann nicht so die Reise des Startups mit begleiten. Das finde ich echt extrem schade. Warum? Weil das Storytelling zu eurem Startup viel über euch als Team aussagt, wie ihr arbeitet, woran ihr arbeitet, wie ihr die Zukunft einschätzt. Vielleicht ist auch mal ein Interview dabei mit einer Testgruppe oder mit eurem Beirat, wenn ihr einen habt und so weiter und so fort. Also was ich mir als Investor oder als Angel wünsche, ist einfach, dass ich dort Einblicke haben kann, dass ich mehr über euch erfahre als nur das, was man nach außen sieht. Jetzt ist natürlich die große Frage, hey, sorry, wie viel Zeit haben wir denn? Wir sind ein Startup, wir müssen uns fokussieren, wir wollen uns unser Produkt einfach an den Markt bringen. Das ist wichtig. Das ist das Wichtigste überhaupt. Und das möchte ich auch unterstreichen und sage, ja, das sehe ich genauso. Aber, und jetzt sind wir wieder beim Aber, wichtig ist eben auch, dass ihr das, was ihr dort an Wert schafft, kommuniziert. Und deswegen habe ich mir überlegt, was würde ich machen, wenn ich heute ein Startup hätte, was würde ich machen, welche Empfehlung würde ich aussprechen, um einfach diese Transparenz herzustellen, diese Nahbarkeit. Das finde ich extrem wichtig. Wir machen eine kleine Pause, denn ich möchte dir unbedingt unser neues Mentoring vorstellen. Wenn ich an Startups denke, dann erinnert mich das jedes Mal voller Begeisterung an meine Gründerzeit. Eine Zeit mit sehr vielen Ups und Downs und immer das Ziel fest im Blick, das eigene Unternehmen erfolgreich in den Markt zu bringen. Damals hätte ich mir natürlich die heutigen Erkenntnisse und das Netzwerk gewünscht, um den ein oder anderen Stolperstein oder Umweg auslassen zu können. Ich möchte mit dir gern genau diese Abkürzungen teilen, die ich damals nicht hatte und die ich über viele Jahre selbst herausfinden musste. Genau dafür habe ich das 1 zu 1 Startup Mentoring, Startup Your Growth entwickelt, in dem ich dir zeigen kann, wie du erfolgreich gründest und dein Unternehmen auch nach der Gründung zukunftssichernd im Markt etablierst. Das Besondere an diesem Mentoring ist, dass ich deinem Bedarf entsprechend zusätzliche Mentoren, zum Beispiel Finanz- und Steuerexperten, Anwälte oder Investoren aus dem Genius Alliance Netzwerk hinzuziehen kann, um mit dir den optimalen Weg für dein Vorhaben zu finden. Wenn sich das interessant für dich anfühlt, dann sollten wir uns unbedingt darüber in einem unverbindlichen Strategie-Call austauschen. Du weißt, dass der erste Schritt in die richtige Richtung immer am schwierigsten ist, deshalb unterbrich jetzt kurz diesen Podcast und buche gleich deinen Termin oder den Link in den Shownotes dieser Podcast-Folge oder besuche uns im Internet auf www.genius-alliance.com. Gehen wir mal in das Momentum rein, in dem ich als Business Angel eine Präsentation bekomme, ein Pitch Deck. Dann ist ja die Challenge auf 10 Seiten wirklich von A bis Z alles so zu erklären, dass ich verstehe, welches Problem wird hier gelöst und wie sieht die ganze Perspektive oder zumindest der Markteintritt aus. Mal ganz grob zusammengefasst. Was mir im Nachgang oder auch im Vorfeld, je nachdem in Vorbereitung auf den Termin oder nach dem Termin oftmals fehlt, ist, dass im Grunde die Kommunikation komplett abreißt. Es war so ein erstes Treffen, man sieht sie das erste Mal, der erste Eindruck entsteht. Das, was dann am Ende überzeugt, ist eine Präsentation und dann möchtest du aber tiefer reingehen und wissen, okay, jetzt hat mir das eine Person gezeigt, sind aber irgendwie drei Gründer, willst du ein bisschen mehr erfahren. Und dann recherchiere ich und gucke, gibt es da irgendwie eine Podcast-Folge, wurde da schon mal ein Blogartikel geschrieben, gibt es eine Pressemitteilung, gibt es irgendwas Kommunikatives, was ich noch so in meine Entscheidungsfindung oder wenn wir in irgendeiner Form unterstützen sollen, was kann da noch mit einfließen? Und da ist oft der Medienbruch, weil es dann nicht weitergeht. Und dann brauchen wir wieder einen Folgetermin und einen Folgetermin und einen Folgetermin. Das heißt, am Ende ist dieses Trust-Building viel schneller zu einem Startup, wenn es mir gelingt, in der Kommunikationsstrategie ein bisschen mehr Einblicke zu geben. So, wie machen wir das Ganze? Ich habe ja versprochen, ich halte das hier echt kurz. Ich würde euch empfehlen, einen Blog zu machen und jetzt nicht zusammenzucken und sagen, hey, wer hat denn Zeit, Artikel zu schreiben. Ich würde die Funktionalität eines Blogs nehmen, so wie bei Genius Alliance übrigens auch, und dort diesen Blog füttern mit den Show Notes der Podcast-Folgen. Die eine oder andere Folge, wenn ihr ein cooles Interview habt, wenn ihr gerade über irgendwas Wichtiges schreibt oder sprecht, im Podcast, sorry, dann die Folge am besten transkribieren, also verschriftlichen, daraus einen Blogartikel machen, lassen. Kann man ja für kleines Geld wirklich machen lassen. Und das würde ich kombinieren, Blog und Podcast würde ich kombinieren. Also, der Fokus auf ein Audio-Medium, dass das wirklich schnell geht. Kein Einrichten von irgendwelchen Filmstudios, keine redaktionellen Texte schreiben, ihr setzt euch vor ein Mikro, das muss bitte qualitativ hochwertig sein. Wenn ihr da ein Thema mit habt, mit dem Thema Podcast, wie mache ich das und so weiter. Wir haben einen Online-Kurs und wenn ihr mich kontaktiert und ich verschenke jetzt einfach fünf Tickets für diesen Online-Kurs, die ersten fünf, die hier anrufen. Man kann mich, glaube ich, gar nicht anrufen, die sich hier bei uns melden, egal wo, die kriegen diesen Online-Kurs von mir geschenkt. Und in diesem Online-Kurs erzähle ich quasi, wie man einen Podcast aufbaut, Step-by-Step, das sind zehn Schritte, total simpel gemacht. Ich habe alles weggelassen, was unnötig ist, sondern wirklich ganz schnell auf den Punkt von Mikro setzen, Content einsprechen, das Ding publishen und das Ding auch über einen Blog publishen, Thema Suchmaschinenoptimierung und so weiter. Gehe ich jetzt nicht näher darauf ein, erklärt dann dieser Kurs. Und dann habe ich eine wunderbare Ergänzung zur Website und ich habe eine wunderbare Ergänzung für jeden Investor, für jeden Mitarbeiter, der bei euch anfangen soll, für jeden Angel, Partner und wer auch sonst noch Lebenspartner. Die können nämlich viel mehr erfahren, allein weil ihr ein Audio-Medium habt. Wie seid ihr drauf? Wie nähert ihr euch dem Thema? Wo steht ja gerade der Entwicklung? Was sind so die nächsten Schritte? Und ich würde mir wünschen, einfach ganz viele Podcasts zu hören, in denen ich eintauchen kann in diese Start-up-Kultur, in eurem Start-up. Also, dass ich ein bisschen mehr über euch erfahren kann, über eure Mitarbeiter erfahren kann, über euer Produkt erfahren kann, über eure Historie. Wie seid ihr eigentlich dazu gekommen, dieses Produkt in den Markt bringen zu wollen? All diese Dinge finde ich super spannend. Und dann nicht verkünsteln, hier eine Stunde Podcast-Folge aufnehmen, sondern wirklich so kleine Episoden, die einfach Spaß machen. Dass so eine Daily Soap entsteht, Weekly Soap. Also, gar nicht so einer hohen Frequenz. Einmal die Woche reicht ja völlig. Aber, dass ihr ein Angebot habt, ein Angebot für alle, die sich interessieren, die mit euch arbeiten wollen, die euch cool finden, den einfach noch was anzubieten und zu sagen, hey, hier reißt die Kommunikation nicht ab. Nach dem Pitch, nach der Pitch-Präsentation sind wir auch danach noch verbunden über einen Podcast, den ihr über einen Blog kommuniziert auf eurer Website. Und als drittes im Bunde, also Blog und Podcast würde ich machen und als drittes im Bunde, total einfach, übrigens auch Podcast-Blog kostet kein Geld, keine Investitionen großartig. Ihr habt einen hohen Wert geschaffen, andere können von euch lernen, andere können motiviert sein, andere können überlegen und sagen, hey, wie kann ich denn euch unterstützen? Ihr habt so eine coole Idee, ich kenne da jemanden, den haue ich jetzt mal an. Oder ihr könnt einen Aufruf starten und sagen, hey, wir suchen gerade jemanden, der und so weiter. Das heißt, so einen Kanal braucht ihr und das funktioniert echt gut über einen Podcast. Netzwerken und eine Community aufbauen, die euch hilft, die euer Produkt vielleicht auch später testet, super cool. Also Podcast für Startups, mega cooles Tool und könnt ihr wirklich selber machen. Also da braucht man jetzt nicht irgendwie eine Agentur beschäftigen oder sowas, sondern den Online-Kurs sich schenken lassen jetzt hier von mir und dann durchstarten. Das dritte im Bunde, eine Telegram-Gruppe aufmachen. Also ich finde unfassbar cool, was die aus diesem Messenger gemacht haben. Also die ganze negative Berichterstattung lassen wir jetzt mal außen vor. Das Positive an diesem Tool ist einfach die Kommunikation mit der Zielgruppe oder später auch mit eurer Test-User-Group, dass ihr dann verschiedene Gruppen natürlich einrichten könnt. Und darüber hinaus diese ganzen weiteren Möglichkeiten wie eine Bot-Integration oder dass eure Blog- oder Podcast-Geschichten automatisch gepublischt werden in den Blog. Ach Gott, ihr könnt auch Spenden-Funktionen da integrieren. Also dass ihr die Leute aufruft und sagt, hey, wenn ihr uns unterstützen wollt, dann hier gerne eine Spende da lassen oder sowas. Was auch immer. Also irgendwie möchte ich gerne an eurem Startup teilhaben. Das bedeutet, was kann ich euch Gutes tun? Gebt mir eine Möglichkeit, euch zu folgen, eine Beziehung aufzubauen. Das ist ja immer wichtig. So ein Podcast baut ja eine Beziehung auf. Die Leute hören das kontinuierlich und die wollen dann auch jede Woche eine Folge haben. Also kontinuierlich dranbleiben an dieser ganzen Geschichte. Und bitte nicht den Fehler machen. Ich finde es wirklich ein Fehler. Ich muss wirklich so deutlich sagen an dieser Stelle, keine Kommunikationsstrategie einzusetzen. Wenn es dann nicht der Blog wird, sondern nur der Podcast, dann ist es so. Aber irgendein Angebot machen, was euch keine Zeit raubt und was euch kein großes Geld kostet. Und das ist aus meiner Sicht echt ein Podcast-Format, dass ihr unterwegs aufnehmen könnt, so eine Walk-and-Talk-Runde einmal die Woche macht bei strömendem Regen mit dem Mikro und euch austauscht. Also lasst uns dabei sein, wenn ihr das nächste Unicorn werdet. Genau. Also ich möchte euch motivieren, darüber wirklich mal nachzudenken und schickt mir gerne euren Podcast, euren Blog oder was auch immer. Und wir teilen das hier bei Jeans Alliance, dass sie auch andere Startups mal einfach so ein paar Anregungen geben oder holen können, wie ihr das gemacht habt und wie erfolgreich ihr damit gewesen seid. Und wenn ihr Lust habt, gerne über unsere Website Kontakt mit uns aufnehmen. Vielleicht schafft das hier in dem Podcast aus den ganzen Anfragen. Wir suchen die besten Geschichten raus, die coolsten Jungs und Mädels und bringen die hier ins Format. So, kurze Folge. Ich bin raus. Bis zum nächsten Mal. Danke fürs Zuhören. Ciao. Tschüss. Tschüss. Tschüss.